Inhalte Inhalte werden aktualisiert Und damit herzlich willkommen zu Batman Staffel 2 The Enemy With Sin Hallo? Inhalte werden aktualisiert? Was ist hier los? Ah ja, da wären wir auch schon Nicht angemeldet Ne, will ich auch gar nicht Gut, wie gesagt, wir spielen Batman Staffel 2 The Enemy With Sin Die erste Staffel lief auch auf dem Kanal Also wer sie noch nicht gesehen hat, guckt sie euch an Das Enigma Gekauft und installiert Einer der ersten und tödlichsten Verbrecher Gothams ist zurückgekehrt Batman muss sich mit altbekannten Und neuen Verbündeten zusammentun Um diese wachsende Bedrohung auszuschalten Gotham City gehört mir Verstanden? Entschuldigung Okay, geht los Folge 1 Dupdi 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 Dup Ein Ladebildschirm Mit Bad Symbol Schön, ja Gefällt mir so gut Haben die Programmierer sehr schön gestaltet Deine Entscheidung bestimmt den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Also, scheiße. Was bisher geschah. Die Kinder von Arkham exposed die Wahrheit über meinen Vater zu Gotham. Der Angriff hat die Freunde in den Krieg und die Stadt in den Chaos. Ich bin zu Arkham Asylum, wo ich mit dem Hilfe von einem Patient-Pasienten, John Doe. Nach einer blöde Kampf, ich habe einen Ende in den Katakombs, unter der Stadt. The Penguin, Two-Face at Lady Arkham, were the first real challenge I faced as the Batman. But they would not be the last. Spring has arrived in Gotham, and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the Children of Arkham, marking another triumph for newly minted Police Commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, describing him as essential to the security of the city. Things are looking up, citizens. After the long, dark winter, comes the thaw. Now, if only the Knights could win a game, everyone would be happy. Wayne Tower, 7.29 Uhr, Bruce Wayne spielt Roulette. Und verliert. There it is. Rumi Mori. Import-export magnet. One-time Pipex CEO. International arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman. A philanthropist who gives to charity. Not a criminal getting rich off the suffering of innocence. A masterful performance. I wonder if a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. Natürlich vergesse ich nie, wer ich bin. Ich bin Batman! I don't. I never forget what drives me. Protecting the innocent from people like Mori. That stays the same, no matter what mask I wear. Don't I know? Masks are hard to maintain. If there are cracks in Mori's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing. Meaning that if he's doing arms deals in Gotham. They happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Mori is saying. Standing by for support. Solokontaktlensen will ich auch. Wo krieg ich die zu kaufen? Versuchen Sie das Mikrofon. Kann die Kabelung abhören? Okay, kann ich hier auch die da hinten abhören? Äh, flüstert ihr bestimmt gerade irgendetwas Versautes ins Ohr. Der sieht so aus, als wenn er das machen würde. Roulette Tisch ansehen. Nö, ich seh ihn ja auch von hier. Mori, was ist mit dem hier? Hacken. Wollen wir den mal hacken, das Handy? Mori, das Mobiltelefon. Kann ich auch das Telefon von der Dame hier hacken? Wer ist denn das hier? Sicherheitsdienst. Hotel Security are guarding and particularly close. Ein Mann wie Mori counts more enemies than friends. I wonder what that is. Okay. Gut, pass auf, wir hacken sein... Ja, pass auf, wir hören erstmal zu, dann hacken wir sein Handy. Er hat sicherlich das gute Leben, nicht wahr? Er hat eine Fortunat, um die Schäden zu fahren, während des arabischen Spring. Er hat also mit Waffenhandel viel Geld verdient. Ich bin im falschen Geschäft tätig. Ich werde mich wohl demnächst dem Waffenhandel widmen. Oh, ich bin in einem Moment. Entschuldigung. Sie encrypten Ihres Signal. Das letzte, was wir wollen, ist, um ihn zu wissen, dass du hier bist. Wir sind in. Du solltest, dass du Audio aus Moris Telefon holen kannst. Ich möchte gleich mal ein paar Gäste auf. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier Casinos. Sie sind nicht mehr Typ. Ich bin an der Kabel. Ah, ja. Ich bin an der Kabel. Don't tell anyone, but I'm here undercover. Don't worry, I can keep a secret. You? What in the hell are you doing here? Da in der Wütle. Stop me, if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you ten times. Our original death, Mori. Ach, der tot. I am death. Something's happening. And it doesn't look like a deal. The man in the hood. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. Is something wrong? You seem distracted. Bruce. How about we go back to my place? Oh. I'll call my driver. Meet me outside. Well, since you put it like that. I know that you're thinking up. And now, you know what I mean either. Well, 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 you know what I mean either. No one threatens me in my own casino. Security! Sir, it's time to leave. For you? An easy one. What question can you never answer yes to? I don't give a crap. Let's go. Ah, wrong. The correct answer is, are you dead? Okay, zimperlich ist der Typ jefferts nicht. Get out of there. Get your suit. Al, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves. Oh, ganz große Fehler. Was? Bang. Noch eine? Bang. Hmm. Commissioner Gordon on the line. Scrambling audio now. Gordon. Batman, what's the status? Multiple gunmen, hostages at the casino. A madman in a mask. Riddler is back in Gotham. Riddler? He hasn't been seen in years. Well, he's putting on quite a show. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich muss mal ganz kurz etwas, die Musik etwas lauter stellen. Die ist ja schon so laut. Die kommt mir total leise vor. Gesamtlautstärke 10. Musiklautstärke auch 10. Wie kommt mir die echt leise vor? Na gut, hat sich erledigt. Okay, weiter geht's. Entschuldigung. Gut, Bat-Suit. Geh damit. So ein Ding will ich auch haben. Vielleicht will ich ja Batman sein. Es ist eine Squad auf der Weg. Ich werde da bald sein. Be bereit für eine Kampf. Ich glaube, der Riddler wartet noch auf Batman. Bitte, bitte. Wir können das Problem machen. Alles, was du willst. Unsere Probleme können nicht mit Handshaken be solved. Okay, das. Okay, das. Nein, bitte, nicht so. Without fingers, ich pointe. Without arms, ich strike. Without feet, ich rune. Wer bin ich? Keine Ahnung, wer ist er denn? That drone, fully functional. I'll need a place to drop in without being noticed. Time for some recon. It's a tricky one, isn't it? A mindbender and scrunches at the ground nature. Oh, I don't know. Oh, I don't know. Und ohne Füße läuft er? Wie war das? Wer macht denn sowas? Oh, was ist das da hinten? Kastenraum. Das ist perfekt, wirklich? Okay, irgendwas muss ich hin. Äh, okay, der Riddler ist noch. Ist hier noch irgendwo was? Da läuft noch ein Typ rum, aber da kann ich nichts anwählen. Glaub nicht, oder? Da ist der andere Haini drin, Todeskammer. Die Todeskammer der Schaul. Okay, hier ist noch der Riddler. Riddler? Ein Terror von der Vergangenheit. Ich dachte nie, ich würde ihn wieder sehen, ich würde ihn auf unserer Straßen sehen. Er ist nicht leichter zu beobachten. Warte mal. Oh, na toll. Oh, na toll. Audio playback fully functional. Zeit für eine Distraktion. Ich bin mit mir. Ich denke, ich nehme an, das wussten sie. Hey, are you expecting a hint? Give me an answer. Batman, we can't get in. The front is covered by gunmen and they've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy, when we're inside? I'm relying on your eyes and ears. What's the best course of action? Frontalangriff oder Tränengas? Nimm Tränengas, dann rechts erledige ich. We need a distraction. Find a way to limit their line of sight. Sounds like a plan. You're completely insane. No, I don't believe that's it. I'll clear a path. Wait for my sight. Give them hell. We're counting on you. Es geht los. Schlagen, Pfosten, entehaken, Rauchschild, Raucherschild. Ach, verdammt. Normalerweise wird immer eine Zeit angezeigt, da war keine Wahrheit. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit. Ich komme mir gerade nicht so schnell entscheiden. Okay, los. Ich hätte gern beides gesehen, deswegen. Okay, wir schlagen mit dem Pfosten. Aufprallen, Kantentisch, Blätterrad, abreißen. Batman! You're ahead of schedule. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you with. Not him, the hostage. Shoot the hostage! Oh. Okay, das war neu. Und tschüss. Doch nicht mit mir. So ein billiger Trick. Nein, ne? Der Mann ist sicherlich nicht seine Hände. Brenn es öffnen. Mit Pfeil. Wirklich? Der hat schon mehr als Schraubenschlüssel gebraucht. Wir schocken ihn, natürlich. Oh. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since... Well, since I left town. God me! Everyone's very impressed with you. I'm not impressed. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you? I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my goddamn porridge. This is my city. Now I'm back. And I'm taking what's mine. Gotham has forgotten you, Riddler. Crawl back under your rock. Before you get hurt. Says the man with a hook at his throat. You're supposedly the world's greatest detective. Yet here you are. Completely at my mercy. I don't see much evidence of that. I expected more of a battle from you, Batman. Something longer. More of a match of wits. While my men mop up what passes for law enforcement in this town. It would have been a little hard to deal with you both at the same time. But no cause to hold back now. You surprised me a little with how quickly you arrived. But just a little. Okay, wir wollen ja noch zuhören, was er sagt. Oh nein! Jetzt war ich zu spät. Schon wieder, es gibt's ja gar nicht. Ich hab gerade gesehen, dass ich mich da bewegen kann und dann... Ich habe gerade gesehen, dass ich mich da bewegen kann und dann... Ich habe gerade gesehen, dass ich mich da bewegen kann und dann... Ich habe wie gesagt, ich wollte eigentlich sowieso hören, was er sagt. Du hast den größten Namen in Gotham seit... ...wenn ich abgelenkt, seit... ...wenn ich abgelenkt, seit ich zu Hause. Jeder ist sehr empfassbar mit dir. Aber ehrlich gesagt, wollte ich das nur noch ein zweites Mal sehen. Wann ich abgelenkt. So, jetzt aber. Du bist so wahrscheinlich der Welt's größte Detektiv. Gordon, du bist! Also jetzt hätte der Hitler auch alle Zeit der Welt gehabt. Das hätte man auch freuen machen können. Ausgleichen. Ist das vielleicht ein bisschen schirmerig. Wäre das? Brawling like a common streethut. Es tut einfach nicht für mich. Aber wir sind Batman. Lass ihn uns sterben. Mori verdient eine Trial und eine Court of Law. Wenn er schuldig ist, sein Zell wird neben dir sein. Justiz? Richtig. Either way, du wirst mich nicht derjenige. Er hat man ihn immer noch nicht ausgeschaltet. Was ist los mit ihm? Er schwächtet heute unbedingt. Enough of this! Hat der Typ über eine Bombe angebracht, oder was? Du kennst, wie zu schrappen. Ich gebe dir das. Aber es ist nicht genug. Mal sehen, wie du mit etwas mehr... ...zurembriert. Lebih besser, Detective. Solange meine Puzzle bald. Oder die Leute werden getötet. Und wir wissen, dass du das nicht kannst. ...zurembriert. Ne, A. B. Y. Da sind alle drinnen. Ich dachte, ob eines aus war. B. Äh. Wir müssen uns da vor dem Stall flamen. ...zurembriert. B. B. It. Waller? After all, we are here to hell. Batman, Titan Serious, Enemy with Han. Das war's. Bis zum nächsten Mal.